Auch wenn ich schon 40 Jahre Sauna baue, am liebsten schwitze ich halt noch in meiner Sauna der Fitnesspartner AG. Und das ist immer noch das grösste Erlebnis. Grüezi, mein Name ist Max Bruderer. Ich bin der Inhaber, Geschäftsführer der Firma Fitnesspartner AG in Heide im schönen Appenzellerland. Wir sind von A bis Z für Sie da, wenn es um Wellness geht. Meistens fängt der erste Kundenkontakt an, dass man zusammen an einem Tisch sitzt und das Objekt bespricht, planet, was die Wünsche und was ihre Ziele sind. Weil eine frühzeitige und gute Planung erspart nachher viel Zeit und meistens auch Kosten. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, profitieren Sie von unserer Dienstleistung. Wir sind von Anfang an bis zum Schluss für Sie da. Wir sind auch nach dem Verkauf gern Ihren Ansprechpartner, um Wellnessfragen zu beantworten. Wir sind ein überschaubarer, flexibler Familienbetrieb. Wir sind Ihren Partner, Ihren Fachmann, wenn es um Wellness geht. Unser Sortiment umfasst Saunas, Finarium, Whirlpool, Erlebnistuschen, Fitnessgeräte, Solarium und noch vieles, vieles mehr, was mit Wellness zu tun hat. 40 Jahre, das war eine wunderbare Zeit in meiner Firma. Heute habe ich aber die Möglichkeit, Nachfolger, den Raphael-Bruder, den Diego-Bruder, als Nachfolger vorzustellen. Schenken Sie uns Ihres Vertrauen, machen Sie den ersten Schritt in Richtung Ihrer Gesundheit. Schenken Sie das Vertrauen der Fitnesspartner AG, meinem Vater, dem Max-Bruder, am Bruder, am Diego-Bruder oder mir. Wir versprechen Ihnen, mit viel Engagement, Herzblut und Liebe zum Detail werden wir Ihre Wellness-Träume mit Realität umsetzen.